Das ist der Aussensklauch von dem Blut hier. Da ist da ja ein Weiz schlauch. Das ist ja normal hier. Ne, Leid um drinnen, da können wir nicht weinen. Ja, ein Weiz schlauch. Da ist für eine Aussenskliere. Da ist ja wie anhanden. Das kann so auch noch sein hier. Es ist ja immer frei. Drei Stunden, wenn wir hinten, ist es ja ordentlich. Nächste! Wir sind nicht täpelt oder was? Wir sind nicht täpelt oder was?